Viele wundern sich, wie lange es dauert, bis ein Vortrag endlich für euch schaubar ist. Ein Grund ist die viele Zeit, welche ich in den Schnitt des sogenannten Rohmaterials stecke. Hier seht ihr die Schnitt-Timeline von einem 46-Minuten-Vortrag mit nur zwei Audio- und Videospuren. An allen schwarzen Linien wurde geschnitten. Gut geschnitten ist es nur, wenn ihr die Umschnitte oder Übergangseffekte nicht merkt. Ich möchte gerne weiterhin freie Videos erstellen. Dazu brauche ich eure Unterstützung.